Musik Musik Herr Oberst, Sie sind auch auf dem Medienempfang ein gern gesehener Gast und oft vertreten, was gefällt Ihnen an diesem Empfang so gut? Ich gehe eigentlich schon zum Inventar und es ist eine der seltenen Gelegenheiten, wo man sich in der kleinen Medienszene in Graz eigentlich treffen kann, außerhalb und abseits von Terminen, von strengen Themen und es ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, sehr feierliche Atmosphäre und es finden sich immer wieder sehr, sehr schöne Gespräche, die oft lang dauern. Aus Ihrer Sicht die Medienhighlights im jetzt gerade begonnenen Jahr 2013? Naja, sicher für mich als Soldaten ist es die Volksbefragung über Wehrpflicht oder Berufsheer. Die Highlights, die wir auch anzubieten haben werden, wird die Airbauer sein. Wir werden uns aber auch mit Beiträgen bei der Ski-Weltmeisterschaft in Schladming einbringen und unser Militärkommando Steiermark wird heuer 50 Jahre alt. Das werden wir im September mit einem ordentlichen Festtag auch öffentlich machen und ja, natürlich würdigen. Als Leiterin der Kommunikationsabteilung des Landes sind Sie verantwortlich für alles, was das Land so nach außen kommuniziert. Was wird hier am Medienempfang kommuniziert? Das gute Einverständnis und die Kooperationsfreude und die Informationsfreude von den steirischen Medienschaffenden. Das heißt ein Abend zum Netzwerken? Absolut. Nicht zu versäumen. Wie lange wird der Abend dauern? Ich würde sagen so bis gegen Mitternacht. Ein gesellschaftliches Event der Spitzenklasse, würden Sie den Medienempfang der steirischen Landesregierung so beschreiben? Selbstverständlich. Es ist ein sehr großes gesellschaftliches Ereignis und es war immer ein sehr spannender und lustiger Treff der Medienbranche. Menschen, die man nicht jeden Tag sieht, mit denen man zwar als Kollegen zusammenarbeitet, aber da hat man mal Zeit wirklich in Ruhe mit ihnen zu plaudern und das ist sehr, sehr lustig und spannend. Hat sich das Netzwerken, das Smalltalk über die Zeit verändert? Ja, es hat sich definitiv verändert. Ich muss wirklich sagen, leider ist vieles virtuell geworden. Manchmal ist es ja doch schön, wenn man Auge in Auge mit jemandem reden kann. Da ist sicher mit Facebook und Co. einiges passiert. Deswegen ist dieser Abend auch doppelt schön, wenn man die Leute wirklich wieder einmal sieht. Wie gefällt Ihnen der Medienempfang der steirischen Landesregierung? Der ist wie jedes Jahr ein sehr angenehmer Auftakt des Jahres, des Arbeitsjahres und vor allem deswegen so angenehm, weil hier Journalisten unter sich sind mit der Politik und irgendwie ist man im selben Boot. Daher ist es sehr interessant, spannend und wird mit Vordauer des Abends noch interessanter. Als ausgewiesener Kenner der steirischen Medienszene kennen Sie sicher auch die eine oder andere Geschichte, die vielleicht noch nicht publiziert wurde. Gab es da aus Ihrer Sicht einen Bonment einmal am steirischen Medienempfang? Nein, da gibt es sehr viele Bonments und sehr viele Geschichten, die noch nicht publiziert sind, aber zu Recht sind die nicht publiziert und mit gutem Grund und dabei soll es auch bleiben. Das heißt, alles, was heute hier passiert, bleibt in diesen ehrwürdigen vier Wänden? Nicht alles, aber sicher das eine oder andere, so wie jedes Jahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017